ja weiter geht ja und Eisen und Kohle so und dieser Mix halt den ich euch denn unten in die Beschreibung reinpacke geht 150 Minuten lang sehr geiler Mix auf jeden Fall man könnte sagen das wäre so wie es da steht Hands Up und Dance aber halt im Grunde ist das die Musikrichtung Techno für jeden der sich Musik auskennt weiß Bescheid na gut okay man kann auch die Klassen Techno eigentlich weil da gibt es ne Menge ist auch so und da kann man das halt nicht verklassifizieren und Techno ist eigentlich ein sehr großer Begriff für eine Musikrichtung wo mehrere Abzweigungen sind könnte man sagen ja ungefähr so mich würde übrigens mal interessieren auf was für Musik ihr so steht schreibt mir doch mal unten in die Kommentare es gibt ja Millionen es gibt auf jeden Fall ne Menge Musikrichtungen mich würde interessieren was eure Musikrichtung ist was euch so sagt so boah das ist geil was ich habe damit in die Kommentare ich schieße mir nämlich jeden Kommentar durch wenn mal einer kommt So. Jo. Ähm, Projekte. Ich kann ja noch ein bisschen spoilern und plaudern, was das G-M-Vert. Wenn diese Folge hier rauskommt, ist es wahrscheinlich schon so weit. Da läuft left for right, wahrscheinlich schon. Das ist halt ein neues Projekt. Äh, das werde ich auch noch mit verschiedenen anderen Leuten machen. Nicht nur mit dem Epic. Ich spiele mit dem Epic nur die Kampagne durch, ähm, ansonsten gibt es noch Multiplayer-Teile halt, und ja, das war ja das erste geplante, dann Skills, Special Forces 2, kommen natürlich auch, äh, und das, äh, das ist noch nicht veröffentlicht, wahrscheinlich zu dem Zeitraum, aber, äh, Counter-Strike Global Offensive kommt auch. Also sehr viel Abwechslung diesmal. Da steht zumindest auf dem Plan, und, äh, ja, ich halte mich an dem Plan, wenn... sehr dumm, wenn nicht, ne? Einen genauen Upload-Plan von dem Kanal gibt's hier noch nicht, nein, äh, aber ich glaube mal, ich mache mir einen genauen Upload-Plan, wann welche Folge kommt, damit auch ihr besser Bescheid wisst, wann was für ein Video kommt, äh, und dann ist es auch eigentlich besser für mich zur Orientierung. Ich muss halt mich nur mal dahinter setzen und, äh, mir auch einen Kopf drüber machen. Bis momentan hatte ich leider halt die Zeit dazu, deswegen habe ich auch noch immer noch keinen Upload-Plan. Aber ich glaube, so ungefähr mache ich das denn auch so, dass, äh, wie was anderes kommt. Also nicht nur... also eigentlich... na, fuck, wie sag ich das denn? Also hör zu, ja, das ist so, digga. Das ist so, ich wollte eigentlich wieder drei Videos pro Tag bringen. Problem bei mir ist, äh, schaffe ich zeitlich nicht mehr. Leider. Deswegen versuche ich, äh, Videos jeden Tag ein Video hochzuladen. Wenn ich es schaffen sollte, kommen zwei Videos am Tag. Aber Standard wird ein Video pro Tag für den Anfang. Ja, jetzt fürs Erste. Und... ja, das sieht denn so aus, dass zum Beispiel montags kommt Minecraft normal. Mandela, ne? Die 1.8-Version. Denn, sagen wir, Dienstag kommt ne Runde Skill. Äh, Mittwoch ne Runde Left 4 Dead. Denn kommt Donnerstag, äh, Tackett. Äh, Freitag... keine Ahnung was und so weiter und so fort, ne? Wie gesagt. Ja, so wärs dann halt geplant. Bloß, da muss man halt erstmal nen Kopf drum haben und... ja... und es hinkriegen. Das ist so eine Sache, die man unbedingt beachten muss. Es hinzukriegen. Das ist so eine Sache, die man unbedingt beachten muss. Es hinzukriegen. Es wird Nacht, soll ich jetzt zurückgehen? Ja. Ich bin hier nix mehr. Ich bin schon unterm Wasser, also lohnt sich nicht mehr so. Jetzt gehen wir hoch auf den, äh, ne, äh, jetzt gehen wir hoch auf den Obergrund. Ne. Untergrund ist das der, das ist der Untergrund. Das heißt, das ist der Obergrund. Ne. Fakt, also hierzu sagt man ja Untergrund. Was sagt man denn zu dem anderen? Na, siehste? Hab ich dich zum Nachdenken gebracht? Nicht. So. 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 ein koppel haben wir ja so endlich und aus dem Fuss eingeschlafen Ketterdorf sich aus die klar vollkommen klar so ok doch wunderschön aus oder ich weiß gar nicht ob man wie kurz die ganze zeit richtig war wenn nicht der tut mir leid habe ich mein mikro nicht richtig an meinen mund gepresst welcher spätestens dann beim schneiden sehen ob ich hab aber nicht kopper müsste ich mal wieder machen 61 silber zwei mann 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 auch keine sau braucht braucht eine sau auch naja ne ne ja das war alles wichtige mehr wichtiges haben wir nicht ich glaube ich mache mir mal die overclocker updates weil ich glaube die sind ein bisschen wichtig so